Die Literatur Formen der Literatur Es gibt drei Grundformen der Literatur, das Drama, die Lyrik und den Roman. Goethe nannte sie die drei Grundformen der Poesie. Blutiges Ehedrama, lesen wir in der Zeitung, oder dramatische Wendung im Entführungsprozess. Drama ist griechisch und bedeutet Handlung. Gemeint ist die Handlung auf der Theaterbühne. Dramen sind somit eher für Zuschauer geschrieben, weniger für Leser. Im Trauerspiel, auch Tragödie genannt, werden die handelnden Personen von Gewissenskonflikten zerrissen. Wie sie auch handeln, es gibt keine Ideallösung. Trauerspiele enden also immer traurig. Das Lustspiel, auch Komödie genannt, endet immer fröhlich. Die kleinen Sorgen des Tages lösen sich im Lachen auf. Dazwischen steht das Schauspiel mit einer ernsten Handlung. Nicht jedes Drama ist also immer hochdramatisch. Mit Shakespeare und Molière wurde dem Drama vor 400 Jahren große kulturelle Bedeutung zugeschrieben. Stücke von Lessing, Schiller, Goethe und Kleist stehen seit 200 Jahren auf dem Spielplan der Schauspielhäuser. Und in den vergangenen 100 Jahren entwickelten Gerhard Hauptmann und Bertolt Brecht auch in Deutschland neue Formen des Dramas. Das Wort Lyrik stammt ebenfalls aus dem griechischen Altertum vor 2500 Jahren. Damals wurden die Gedichte mit Musikbegleitung vorgetragen, mit der Lyra. Im Mittelalter wurde die Lyrik von den Baden im Minnesang übernommen und auch heute werden Gedichte noch in musikalischer Form präsentiert. Die Verse der Gedichte haben einen Reim. Not reimt sich auf Tod, Herzen auf Schmerzen. Gedichte haben außerdem ein Versmaß. Man kann beim Rezitieren die Hand im Takt heben und senken, wie bei der Musik. Genau wie in der Musik hebt und senkt sich auch die Stimme, wenn ein Gedicht vorgetragen wird. Gedichte zwingen uns ihren Rhythmus auf. Wer sie ohne Betonung liest, der leiert. Die moderne Lyrik hat sich zwar von Versmaß und Rhythmus befreit, eines haben die alte und die moderne Lyrik aber gemeinsam. Im Gedicht lassen sich Gefühle besonders gut ausdrücken, ob es Gebete sind, Beschwörungsformeln, ob Trauer oder Verliebtheit. Gedichte gehören zu den ältesten Zeugnissen der Literatur. Sie haben die Menschen zu allen Zeiten in ihren Bann geschlagen. Im Frankreich des 12. Jahrhunderts wurde jede Erzählung Roman genannt, die in romanisch, gleich französisch, geschrieben war. So konnte sie jeder verstehen. Romane richteten sich an das Volk, das kein Latein lesen konnte. Die Gelehrten verfassten ihre Schriften in lateinischer Sprache und diskreditierten die volkssprachliche Lektüre. Nur lehrhafte Romane, die den Leser bilden wollten, ließ man über lange Zeit gelten. Ein Roman ist, den Umfang betreffend, die Großform der Erzählkunst. Er unterscheidet sich nicht nur in der Länge, sondern auch in der Vielschichtigkeit der Handlung von den kürzeren Erzählformen wie der Novelle oder der Kurzgeschichte. Der Erzählstil des Romans ist die Prosa, eine freie, nicht durch Versmaß gebundene Erzählweise. Es gibt viele Romanformen, wie beispielsweise Abenteuer, Liebes- oder Reiseromane. Was die Qualität betrifft, liegt auch hier ein breites Spektrum zwischen dem Trivial- und dem Kunstroman. Im Roman unterscheidet man zwischen drei grundlegenden Erzählperspektiven. Der Ich-Erzählung, dem personalen Erzähler und dem auktorialen Erzähler. Der auktoriale Erzähler berichtet das Geschehene als allwissender Außenstehender, der die Handlung frei kommentiert. Der personale Erzähler berichtet das Geschehen zwar in der dritten Person singular, aber aus der Perspektive des jeweiligen Protagonisten. So vielfältig die Romanformen sind, so vielfältig sind auch die Sujets. Es gibt zeitkritische, parodistische oder satirische Romane und vieles mehr. Bemerkenswertes Der Geist der Zeit Wie die bildende Kunst und die Musik hat sich auch die Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast von allen traditionellen Formen und Konventionen befreit. In allen drei Bereichen gibt es innerhalb vieler Stilepochen oft ganz erstaunliche Parallelen. Anfänge der Literatur Die ältesten Werke der abendländischen Literatur entstanden in der Antike. Es sind die Ilias und die Odyssee. Sie sind die Urform des Epos, aus dem sich später der Roman entwickelte. Diese Eben aus dem 8. Jahrhundert vor Christus wirken bis in die heutige Zeit nach. Romäas Ilias aus dem 8. Jahrhundert vor Christus schildert den Kampf um Troja. Weil der Trojanerprinz Paris die schöne Griechenfürstin Helena nach Troja entführt, ziehen die Griechen vor die uneinnehmbaren Mauern Trojas. Zehn Jahre wogt der Trojanische Krieg und endet erst durch eine List. Ein Teil der Griechen segelt davon. Nur ein riesiges hölzernes Pferd, in dem sich die tapfersten griechischen Helden versteckt halten, bleibt vor den Mauern Trojas zurück. Die Trojaner schlagen selbst eine Bresche in ihre Stadtmauer, um die Trophäe einzuholen. Nachts steigen die Griechen aus dem Bauch des Pferdes, überwältigen die Trojaner und zerstören die Stadt. Homer greift in der Dichtung die entscheidenden 51 Tage der Belagerung heraus. Griechische Helden wie Achill und Odysseus treten auf, sowie die Trojaner Hector und Aeneas. Über allem aber thronen die Götter, streiten ganz menschlich, unterstützen mal diese, mal jene Seite. Die Odyssee schließt an die Ilias an und besingt die Irrfahrt des Odysseus auf dem Weg von Troja zurück nach Hause. Der listenreiche Odysseus hat den Meeresgott Poseidon zum Feind und wird auf See ständig in Abenteuer verwickelt. Als er endlich nach Ithaka heimkehrt, haben sich Freier in seinem Palast breitgemacht, verprassen sein Vermögen und drängen seine Frau Penelope zur Heirat. Odysseus gilt schließlich als Tod. Odysseus nimmt grausame Rache, tötet alle freier und ungetreuen Sklaven und kehrt in die Arme seiner treuen Frau zurück. Suchen und Wiederfinden ist das Thema und zeigt ein gewandeltes Weltbild. Odysseus ist kein grobschlechtiger Haudegen mehr wie Achilleus, sondern ein vielschichtiger Charakter mit Vorzügen und Schwächen. Auch die Götter sind verändert. Sie haben zwar noch sehr menschliche Eigenschaften, aber sie belohnen oder bestrafen menschliches Handeln unter dem Gesichtspunkt der Moral. Im Mittelalter, etwa um 1200 n. Chr. entstand das Nibelungenlied im Raum zwischen Passau und Wien. Es ist das Werk vieler Dichter. Eine gültige Handschrift gibt es nicht, sondern 24 verschiedene. Es war nicht zum Lesen gedacht, sondern zum Vortrag in geselliger Runde. Die Vortragenden waren fahrende Sänger, die sich nicht verpflichtet fühlten, sich strikt an die Quellen zu halten. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesäht, von Helden Lobebären, von großer Arrebeid. Beginnen die 2000 Strophen zu vier Zeilen. Sie erzählen von den Abenteuern des jungen Siegfried, der den Schatz der Nibelungen erbeutet. Mithilfe einer Tarnkappe erlegt er den Drachen, in dessen Blut erbadet und dadurch bis auf eine kleine Stelle unverwundbar wird. Das Lied berichtet außerdem von der betrogenen Brunnhild, die den Helden Siegfried ermorden lässt, und von Siegfrieds Frau Grimhild, die aus Rache das Hunnenheer unter König Etzel, auch Attila genannt, gegen die burgundischen Retter hetzt. In einem kolossalen Blutbad fallen die feindlichen Heere übereinander her. Den Schatz der Nibelungen allerdings hat Hagen, Siegfrieds Mörder im Rhein versenkt. Die Wurzeln des Nibelungen Lieds reichen in vorchristliche Zeit zurück. Das Ende des Textes schildert voll dunkler Schicksalshaftigkeit auch das Ende des Rittertums. Selbst wenn es nicht zu den Ritterromanen wie Percival oder Tristan und Isolde zählt, wirkt es dennoch stark auf die mittelalterliche Aventurendichtung, die ein Vorläufer der Abenteuerromane ist. Bemerkenswertes Die Stadt Troja Lange Zeit war es ungewiss, ob sich die Ilias und die Odyssee überhaupt um einen wahren Kern ranken, bis der Archäologe aus Leidenschaft Heinrich Schliemann die Ilias beim Wort nahm. Von nicht geringem Spott der Fachwissenschaftler begleitet, machte er sich in der heutigen Türkei auf die Suche nach jenem Ort, den das über 2500 Jahre alte Epos als Schauplatz angibt und fand 1870 eine verschüttete Stadt. Alle Zweifler schwiegen, als Schliemann sie ausgegraben hatte. Es war Troja, das antike Elyon. Die bisher für sagenhaft gehaltene Stadt hatte es wirklich einmal gegeben. Nach dem Mittelalter erhielt die Literatur in den folgenden Epochen der Renaissance, des Barock und der Klassik immer wieder neue Ausrichtungen. Die Regeln, Ideale und Bilder des klassischen Altertums wurden in der Epoche der Klassik wieder aufgenommen und zu einer neuen Größe geführt. Klassik bedeutet genau das, was wir heute als klassisch, zeitlos, beständig und vorbildlich bezeichnen. In Deutschland erreichte die literarische Klassik ihren Höhepunkt mit den Werken von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Da die beiden befreundeten Dichter lange Zeit in Weimar lebten und wirkten, nennt man diese Epoche die Weimarer Klassik. Beide hatten sich zuvor im Sturm und Drang revolutionären Ideen verschrieben, Schiller im Wilhelm Tell, Goethe im Götz von Berlichingen. Doch nun wurden beide durch den Altertumsforscher Johann Joachim Winkelmann an die klassischen Ideale herangeführt. Als edle Einfalt, stille Größe charakterisierte Winkelmann die Harmonie und Beherrschtheit der Antike und bestimmte damit das Schönheitsideal der deutschen Klassik. »Homers, Ilias und Odyssee«, die mittlerweile von Johann Heinrich Voss ins Deutsche übersetzt worden waren, gehörten zur Standardlektüre dieser Zeit. Goethe fasste das Menschenbild der Klassik zusammen im Satz »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut«. Er glaubte an die freie Selbstbestimmung der Menschen und an die Ausgleichen der Harmonie von Gefühl und Verstand. Ein sinnerfülltes Leben ist für die Klassik das Streben nach dem Guten, Wahren und Schönen. Die Zahl der Werke ist gewaltig. Besonders eindrucksvoll sind die in Weimar entstandenen Ideendramen der beiden großen Dichter. Ganz anders sind die Ideale der Romantik. »Ach, ist das romantisch«, heißt heute die umgangssprachliche Formel, wenn eine besondere Empfindsamkeit ausgedrückt werden soll. Romantik bedeutet die Abkehr von der Vernunftgläubigkeit der Aufklärung hin zur Fantasie, zur Welt der Träume ohne reale Beschränkung. Romantische Dichter entwickelten ein neues Naturverständnis. Sie wanderten in der Natur und schwärmten etwa für Waldeinsamkeit, Stille und den Blick in die Seele. Novalis schrieb vom Traumbild der blauen Blume als Inbegriff unerreichbarer Seligkeit. Romantische Dichterkreise bildeten sich in Jena um August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Thieg, die neben eigenen Werken auch wichtige Übersetzungen des Shakespeare-Dramen und des Don Quixote von Cervantes anfertigten. Der Heidelberger Kreis der Hochromantik entdeckte ein neues Nationalgefühl. Um den verfolgten Journalisten Josef Görres scharrten sich der junge Clemens Brentano, Achim von Arnim und Josef von Eichendorff, der mit seiner Erzählung »Aus dem Leben eines Taugenichts« das Lebensgefühl der Romantik besonders deutlich darstellt. Man besann sich auf Volkslieder und die sogenannten Volksbücher. Die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm gaben die Kinder- und Hausmärchen heraus, sowie die deutschen Sagen. Im Berliner Salon der Rachel von Hagen trafen sich Künstler wie Adalbert von Chamisso und Ethea Hoffmann, der durch seine Gespenstergeschichten bekannt wurde. Zur schwäbischen Romantik zählen Wilhelm Hauf mit dem Roman »Lichtenstein« und seinen Kunstmärchen wie »Kalif Storch« oder »Zwergnase«, sowie Gustav Schwab mit den schönsten Sagen des klassischen Altertums. Bemerkenswertes, schreckliches und romantisches Die Romantik ist eine Reaktion auf politische Umstände jener Zeit. Die Schreckensnachrichten der blutigen Pariser Schauprozesse 1793 während der Französischen Revolution verbreiteten sich in ganz Europa. Napoleon zerschlug 1806 das römische Reich deutscher Nation. Die Menschen zogen sich in sich selbst zurück, hatten aber zur gleichen Zeit unstillbare Sehnsucht nach der Ferne, die sie durch die Literatur befriedigen konnten. Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe gilt als der größte deutsche Dichter. Im Jahr 1749 wurde er in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater war ein vermögender kaiserlicher Rat. Seine Mutter hat ihrem Hätschelhans die Begabung vererbt. Goethes Kinderjahre waren sehr behütet. Er lernte Klavierspielen, Reiten und Fechten und zog mit 16 Jahren nach Leipzig zum Studium der Rechte. 1770 reiste er nach Straßburg, um sein Studium zu beenden. Dort lernte er durch Johann Gottfried Herder die Dramen Shakespeare's und Homers Epen kennen. In Frankfurt arbeitete er ab 1771 als Rechtsanwalt und schrieb die Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand. 1772 ging er ans Reichskammergericht nach Wetzlar, wo er die »Leiden des jungen Werter« verfasste, die ein romantisches Werterfieber in Europa auslösten. Es folgten der Prometheus, Egmont und er begann die Arbeit am Faust, einem Stoff, der ihn sein Leben lang begleiten würde. Als Wortführer des Sturm und Drang lud ihn 1775 der junge Herzog Karl August von Sachsen-Weimar ein und schenkte ihm das berühmte Gartenhaus. Fünf Jahre später das Haus am Weimarer Frauenplan. Goethe verliebte sich in Charlotte von Stein, Ehefrau des herzoglichen Stallmeisters und Mutter von sieben Kindern. Am Weimarer Hof wurde er Minister, Kriegskommissar, Wegebauchef und schrieb den Entwicklungsroman »Wilhelm Meister«. Von Kaiser Josef II. wurde er in Wien mit dem Erbadel geehrt. Seine Italienreise bedeutete den Wendepunkt seines literarischen Schaffens. Landschaft, Baukunst und Literatur beeindruckten ihn tief. Alles strahlte ihm in Italien die klassischen Ideale aus und nahm ihn endgültig für die Klassik ein. Von der Reise brachte er das klassische Ideendrama »Iphigenie« mit. 1788 wurde er Leiter des Hoftheaters. Friedrich Schiller zog ebenfalls nach Weimar. Es brauchte allerdings seine Zeit, bis die beiden Dichterfürsten sich anfreundeten. Goethe lebte mit Christiane Vulpius, einer Frau aus einfachen Kreisen, in einer unehelichen Verbindung. Mit ihr hatte er einen Sohn. Das löste einen Skandal in Weimar aus, doch Goethe war darüber erhaben. Er widmete sich auch seinen naturwissenschaftlichen Studien, wie seiner in Teilen bis heute gültigen Farbenlehre. 1792 folgte er seinem Herzog auf den Frankreichfeldzug und glaubte an eine neue Epoche der Weltgeschichte. Von Schiller gedrängt, vollendete er Wilhelm Meisters Lehrjahre und schrieb weiter am Faust. Als Schiller 1805 starb, erkrankte auch Goethe schwer. Ein Jahr später, Preußen hatte die Schlacht bei Jena verloren, wurde Weimar von französischen Truppen besetzt. Christiane Vulpius rettete ihn vor marodierenden französischen Soldaten. Vier Tage später heiratete er sie, nach 18 unehelichen Jahren. Und er beendete nach fast 30 Jahren sein großes Werk, den Faust I. Goethe entwickelt den Fauststoff als großes Menschheitsdrama universellen Glücksstrebens. Faust verwettet seine Seele an den teuflischen Mephistopheles, um im Gegenzug Erkenntnis, Liebe und Selbstverwirklichung zu erhalten. Nach vielfältigen Lebenserfahrungen verliert Faust seine Wette, indem er im Wahn gesteht, den Augenblick höchsten Glücks zu genießen. Ach Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Doch Fausts Unsterbliches fällt nicht Mephistopheles anheim, sondern wird in den Himmel entführt. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. 1816 starb Goethes Frau Christiane. In den folgenden Jahren wechselte er wieder zu wissenschaftlichen Studien, beendete die Wahlverwandtschaften und begann Dichtung und Wahrheit, seinen Lebensrückblick. Er begegnete Napoleon und dem Universalgenie Wilhelm von Humboldt, Clemens Brentano und Bettina von Arnim. Goethes Sohn August starb 1830. Goethe selbst arbeitete unermüdlich weiter an seinen literarischen Werken. Er vollendete Dichtung und Wahrheit. Und es entstanden die Gespräche mit Eckermann, wie sie sein Sekretär aufgezeichnet hat. 1832 starb Goethe im Alter von 82 Jahren. Er liegt in der Fürstengruft in Weimar begraben. Bemerkenswertes Goethes Einsicht über das Alter Auch einem überragenden Geist wie Goethe blieb es nicht erspart, im Alter seine Zeit zu überleben. Die Generation, die aus den napoleonischen Freiheitskriegen heimkehrte, verstand seine Dichtung nicht mehr. Goethe erkannte das genau und schrieb im Faust 2, Das Alter ist ein kaltes Fieber, ein Frost von greisenhafter Not. Hat einer erst mal 30 Jahre vorüber, so wär's am besten, man schlüg ihn tot. 30 Jahre? Da hatte er seine italienische Reise, die größten Erfolge und viele Liebschaften noch vor sich. In der Juli-Revolution von 1830 erhob sich das französische Bürgertum gegen die Monarchie. Auch in Deutschland war das Bürgertum unzufrieden mit der Herrschaft des Adels. Es wünschte sich territoriale Einheit und verfassungsmäßige Freiheit. Der bisherige Staat und seine Gesellschaftsform, der Adel und die Kirche sowie soziale und nationale Schranken wurden abgelehnt. In der bürgerlichen Gesellschaft fasste liberales Gedankengut immer deutlicher Fuß. Die Liberalen glaubten daran, ihre Ziele durch geistige Beeinflussung, zum Beispiel durch die Literatur, erreichen zu können. Und so setzte sich Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts bei einem Teil der jungen Generation die Ansicht durch, dass die Literatur sich gegen politische und soziale Missstände richten müsse. Jetzt gilt es die höchsten Interessen des Lebens selbst, die Revolution tritt in die Literatur, sagte Heinrich Heine, ursprünglich ein Vertreter der Romantik. Diese neue politische Richtung wird »Dichtung des Vormärz« genannt. Der Name bezieht sich auf die deutsche Revolution im März 1848, die auf die politische Machtergreifung des Bürgertums abzielte. Als diese scheiterte, fand auch die Vormärzdichtung ihr Ende. Einer der berühmtesten Vertreter des Vormärz ist Georg Büchner. Er leistete in seinen Dramen und Erzählungen radikalen Widerstand gegen die politische Reaktion. Die Veröffentlichung seiner Werke war deshalb bislange über seinen Tod hinaus verboten. Neu waren aber nicht nur die Inhalte, sondern auch die Formen seiner Dichtung. So kehrte er sich in Dantons Tod völlig ab vom klassischen Drama, verzichtete auf die traditionelle Handlung oder Gestaltung der Personen und Sprache. Erstmals trat der unfreie, passive Held auf die Bühne. Das war radikal realistisch und richtungsweisend für spätere Literaturepochen. Scharfe Sozial- und Bewusstseinskritik übte er auch in seiner Erzählung Lenz 1835 sowie in den Dramen Lyons und Lena 1836 und Wojtzeck 1879. Weitere Autoren des Vormärz waren Christian Dietrich Grabbe, Karl Gutzko oder Heinrich Heine, der besonders durch Reiseberichte in Zeitungen der Beweglichkeit der Zeit entgegenkam und das Interesse für gesellschaftliche Zustände widerspiegelte. In der Mitte des Jahrhunderts begann die Epoche des bürgerlichen oder poetischen Realismus. Ihre berühmtesten Vertreter sind Theodor Fontane und Theodor Sturm. Die Realisten wollten gegebene Tatsachen und natürliche Erscheinungen klar erkennen und sie, anders als die Romantiker, frei von mystischen Aspekten deuten. Der bürgerliche Realismus war zwar noch weit entfernt von einer politischen Auseinandersetzung im Sinne der Arbeiterbewegung. Die Romane und Novellen Sturms und Fontanes, Frau Jenny Treibel 1892, Effi Briest 1894-95, zeichneten jedoch schon ein kritisches Bild der bürgerlichen Gesellschaft. Realistische Romane, die dem Bauerntum und Dorfleben gewidmet waren und eine antizivilisatorische Grundhaltung hatten, verfassten Marie von Ebner-Eschenbach, das Gemeindekind 1887 oder Peter Rossegger, Schriften des Waldschulmeisters 1875. Eine radikale Zuspitzung der realistischen Ansätze bedeutete im ausgehenden Jahrhundert der Naturalismus. Seine Autoren führten den sogenannten Sekundenstil ein. Überdies hielten jetzt soziale Außenseiter wie Alkoholiker, Dirnen, Geistesgestörte als Handlungsträger Einzug in Romane und vor allem ins Drama. Zwar waren diese Personen auch schon in der Literatur des Realismus aufgetaucht, doch nun standen sie im Mittelpunkt und anhand der Schilderung ihres Schicksals wurden die herrschenden Gesellschaftsstrukturen angegriffen und entlarvt. Neu waren auch die stilistischen Mittel, die Personensprache nicht mehr in Versen, sondern umgangssprachlich, sogar im Dialekt. Klassische Mittel wie das Beiseitesprechen oder der Monolog in vielen. Bahnbrechend waren die Dramen von Gerhard Hauptmann wie »Vor Sonnenaufgang« 1889 und »Die Weber« 1892. Berühmte Naturalisten waren auch Arno Holz, Johannes Schlaf und Ludwig Anzengruber. Bemerkenswertes Skandal im Theater Die Dramen Gerhard Hauptmanns sorgten an den Theaterbühnen der Jahrhundertwende für handfeste Skandale. So kündigte Kaiser Wilhelm II. aus Protest gegen das Drama »Die Weber« 1892 seine königliche Loge im deutschen Theater. Von 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsentiert die Literaturszene unterschiedlichste Strömungen. Realismus, Impressionismus und Expressionismus stehen dicht nebeneinander. Impression bedeutet Sinneseindruck. Der Impressionismus ist ein Stil, für den alles Gegenständliche nur Anreiz für Sinnesempfindung und seelische Regung ist. Rainer Maria Rielke greift diese Geisteshaltung in seinem Buch »Der Bilder« 1902 und den frühen Gedichten 1909 auf. Jahrzehnte später finden sich auch Spuren davon in Hermann Hesses psychoanalytischem Roman »Der Steppenwolf« 1927. Ganz anders präsentiert sich die Protestbewegung der Expressionisten. Expression bedeutet Ausdruck. Die Expressionisten reagieren auf die innere Krise der Gesellschaft, die den Beginn des Jahrhunderts bestimmt, sowie auf den Ersten Weltkrieg mit einem auch politisch gemeinten und verfochtenen Anspruch auf die Erneuerung des Menschen. Sie sehen in der herkömmlichen Ästhetik einen Zwang, von dem man sich zu befreien habe, ebenso wie von den gesellschaftlichen Zwängen. Dieser Anspruch schlägt sich in expressiven Formen der Sprache und Textgestalt nieder. Dazu zählen Worthäufungen, groteske Satzgestaltungen, kühne Wortbildungen, stammelnde Rede, ekstatischer Schrei oder extreme Versfreiheit. Eine Steigerung erfährt dieser neue Gefühlskult im sogenannten Dadaismus. Am reinsten setzt sich der Expressionismus in der Lyrik durch. Berühmte Vertreter sind Gottfried Benn, Georg Trakel und Georg Heim. Die expressionistische Richtung der Literatur wird ab 1920 allmählich abgelöst durch eine nüchterne Haltung vieler Autoren, die versuchen, die Wirklichkeit in einem sachlichen, um Exaktheit bemühten Stil objektiv zu schildern. Diese Strömung wird zusammengefasst als neue Sachlichkeit. Allerdings bezeichnet sie nur eine vage Gemeinsamkeit verschiedener nachexpressionistischer Autoren. Berthold Brecht, Leon Feuchtwanger, Erich Kästner, Franz Werfel oder Karl Zuckmeier gehören dazu. Alfred Dublin beispielsweise beschreibt in seinem Roman »Berlin Alexanderplatz« 1929 »Das Schicksal eines Arbeiters in der Großstadt«. Neu sind an seiner Erzählstruktur die Montagetechnik, die Übernahme von Reportageformen oder die Verwendung von Dokumenten. Auch der Naturalismus, die gesamteuropäische literarische Strömung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, hat weiterhin Anhänger. Gerhard Hauptmann, um die Jahrhundertwende führender deutscher Bühnendichter, thematisiert in seinen Schauspielen »Rose Bernd« 1904 oder »Die Ratten« 1911 »Die Schicksale sozialer Außenseiter«. Mit sozialkritischem Impetus bringt er das Milieu und die Sprache der kleinen Leute auf die Bühne. Nur schwer einordnen lässt sich Franz Kafka. In seinen Erzählungen wie »Die Verwandlung« 1906 und Romanen wie zum Beispiel »Der Prozess« 1925 und »Das Schloss« 1926 steht hinter dem Alltäglichen das Ungeheuerliche und Groteske. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 bedeutet einen tiefgreifenden Einschnitt ins literarische Schaffen. Wer sich nicht mit den Machthabern arrangiert, muss schweigen oder auswandern. Bücher, die nicht der herrschenden Ideologie entsprechen, werden verboten und verbrannt. Die deutsche Literatur existiert ab 1933 zu entscheidenden Teilen nur noch als Exilliteratur im Ausland. Und dies sogar über das Kriegsende hinaus. Bemerkenswertes Zensur in der Weimarer Republik Nicht erst unter den Nationalsozialisten wurden Schriftsteller verboten und verfolgt. So war zwar in der Verfassung der Weimarer Republik vermerkt, eine Zensur findet nicht statt. Die Realität aber sah anders aus. Beispielsweise wurde dem ehemaligen Expressionisten Johannes R. Becher, der sich der Arbeiterbewegung angenähert hatte, 1927 ein Prozess wegen Hochverrats gemacht, welcher sich alleine auf seine Schriften stützte. Unter dem Druck der empörten Öffentlichkeit wurde das Verfahren zwar eingestellt, die Verfolgung anderer kritischer Intellektueller ging jedoch weiter. Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg Die Spaltung Deutschlands durch die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg bot für viele Emigranten keinen Anreiz zur Rückkehr. So bekamen speziell die Schweiz, in die viele Literaten geflohen sind, sowie die Republik Österreich ein neues Gewicht bei der Weiterentwicklung einer gesamtdeutschen Literatur. Ein weiterer Schwerpunkt einer politisch noch nicht geteilten deutschen Literatur lag in den ersten Jahren nach dem Krieg auch in der sowjetisch besetzten Zone, auch SBZ genannt. Für diejenigen Emigranten, die schon vor 1945 für eine politische Erneuerung Deutschlands eingetreten sind, war eine Rückkehr in die SBZ selbstverständlich. Berthold Brecht beispielsweise gehört dazu. 1949 verschaffte er mit der Gründung des Berliner Ensembles dem Theaterleben Ostberlins wieder Weltgeltung. Berühmte DDR-Autoren sind außerdem in späteren Jahren Stefan Heim, Ulrich Plenzdorf und Christa Wolf. Im Westen etablierte sich die Gruppe 47. Zu ihr gehören Heinrich Böll, Günter Grass und Martin Walser. Die Literatur der Gruppe 47 unternimmt den Versuch der Vergangenheitsbewältigung. Die Verzweiflung der Heimkehrer-Generation beschreibt Wolfgang Borchert in seinem Hörspiel Draußen vor der Tür, das erstmals 1947 im Rundfunk gesendet wurde. Der literarische Blick in die Zukunft ist in den 50er Jahren trotz des Wirtschaftswunders pessimistisch. Beispielhaft dafür ist Friedrich Dürrenmatz' Stück Die Physiker 1962. Heinrich Böll beschäftigt sich nach Krieg und Gefangenschaft vor allem mit dem Problem, wie der Einzelne sich gegen den Staat und seine Willkür behaupten kann. 1972 erhielt er als erster in Deutschland schreibender Nachkriegsautor den Literaturnobelpreis. In den 60er Jahren setzt eine starke Politisierung der Literatur ein. Viele namhafte Autoren stellen sich in die Reihen der 68er-Bewegung, so auch Heinrich Böll mit seinem Gruppenbild mit Dame. Im Kabarett und in Wahlkampfinitiativen zugunsten der SPD traten Böll und auch Günter Grass für die sozialliberale Koalition ein. Es entstanden viele Bühnenstücke mit politischer Thematik. Den Autoren ging es dabei nicht nur um die bloße Abbildung der Realität, sondern um ihre Veränderung. Herbe Kritik an Staat und Gesellschaft üben beispielsweise die Romane von Günter Grass. Sein Bestseller Die Blechtrommel 1959 ist eine groteske Rückerinnerung an die deutsche, speziell Die NS-Vergangenheit seiner Danziger Heimat. Scharfe Zeitkritik äußert er auch in seinen weiteren derb-realistischen Romanen wie Der Butt 1977 und Die Rettin 1986. In Mein Jahrhundert 1999 zieht er eine persönliche historische Bilanz. 1999 wurde ihm auch der Nobelpreis für Literatur verliehen. Anfang der 70er Jahre setzt eine Rückkehr zur Subjektivität in der Literatur ein. Sie stellt eine Besinnung auf die eigene Individualität dar und wird als eine Reaktion auf die Politisierung in der Literatur der 60er Jahre gewertet. Allerdings darf sie nicht als Entpolitisierung missverstanden werden. Vielmehr geht es den Autoren darum, durch die Mitteilung des Privaten zu zeigen, dass besonders das Private der Raum ist, in dem gesellschaftliche Zwänge deutlich werden. So entstehen zahlreiche autobiografische Romane wie zum Beispiel Walter Kempowski's Tadellöser und Wolf 1971 oder Uns geht's ja noch Gold 1972 oder Max Frisch's Liebesgeschichte Montaug 1975. Bemerkenswertes Literatur in der DDR Noch bis zu Beginn der 50er Jahre trug ihre literarische Produktion der DDR internationales Ansehen ein. Dank ihrer Abgrenzungspolitik gegenüber dem Westen gelang es der DDR jedoch, sich offiziell von den wichtigen Strömungen, die die westdeutsche Literatur prägten, freizuhalten. Dies bedeutete schließlich aber auch literarische Stagnation, wenn nicht sogar Rückschritt. Selbst Bertolt Brecht litt unter der politischen Vereinnahmung durch die SED und dem von ihr propagierten sozialistischen Realismus. So verkündete der erste Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl 1951, die Idee der Kunst muss der Marschrichtung des politischen Kampfes folgen. Autoren, die kritische Gedanken zum sozialistischen Alltag äußerten, wurden mit einem Veröffentlichungsverbot belegt. Viele veröffentlichten deshalb ihre Werke in Westdeutschland oder wanderten besonders in den 70er Jahren in den Westen aus, beziehungsweise wurden wie Wolf Biermann ausgebürgert. Die europäischen Klassiker Heute erscheinen jedes Jahr 80.000 Bücher allein in deutscher Sprache. Längst nicht alle wollen Literatur sein. Es gibt wissenschaftliche Bücher, Sachbücher, Krimis oder Lesefutter wie die Bestseller-Romane. Nur wenige Bücher können sich langfristig durchsetzen. Klassiker im engen Wortsinn sind die Vertreter der europäischen Klassik. Doch die wenigen Bücher, die auch nach langer Zeit ihre Leser noch faszinieren, nennen wir ebenfalls Klassiker. Hier ist eine kleine Auswahl der europäischen Klassiker genannt, die längst von der Literaturkritik anerkannt sind. Alle diese Romane und Theaterstücke werden bei uns als deutsche Übersetzungen in Buchform, viele auch schon in Hörbuchform angeboten. England Als 1066 die Normanen England eroberten, begann auf der Insel die Blütezeit der Ritterballaden des Widerstandes. Die bekannteste ist Robin Hood, in unzähligen Fassungen verfilmt. Unter Königin Elisabeth I., sie regierte von 1558 bis 1603, hatte das Theater mit den Dramen William Shakespeare's einen unerhörten Aufschwung. Macbeth, König Lear und Hamlet gehören zu den Königstramen. Die Stücke Sommernachtstraum und Der Kaufmann von Venedig zählen zu seinen erfolgreichsten Komödien. Viele Kritiker halten seine Stücke für unübertroffen. Daniel Defoe schrieb die Geschichte des auf eine einsame Insel verschlagenen Robinson Crusoe. Jonathan Swift verfasste mit Gullivers Reisen eine beißende Satire auf das England seiner Zeit. Im 19. Jahrhundert erregten die Fortsetzungsromane Oliver Twist und David Copperfield von Charles Dickens großes Aufsehen. Auch die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, die Dschungelbücher von Rudyard Kipling und die Sherlock-Holmes Krimis von Arthur Conan Doyle oder Tod auf dem Nil von Agatha Christie sind aus keinem Bücherregal wegzudenken. Spanien Im Spanien des 16. Jahrhunderts erschien das vielleicht bekannteste Buch der Weltliteratur. Miguel de Cervantes schrieb den Don Quixote von La Mancha. Don Quixote war ein Büchernarr, der seine Ländereien gegen Ritterromane eintauschte und sich so tief in seine Bücher versenkte, dass ihm Literatur und Wirklichkeit durcheinander gerieten. Als er den Verstand verlor, ritt er hinaus, um ritterliche Abenteuer zu bestehen. Die Leute verspotteten ihn zwar, aber wir Leser fühlen mit ihm. Russland In Russland schrieb Fyodor Dostoyevsky im 19. Jahrhundert mit Schuld und Sühne Weltliteratur. Schuld ist sein beherrschendes Thema, die Schuld jedes Einzelnen, die Schuld aller. Leo Tolstoy beschreibt in seinem vierbändigen Roman Krieg und Frieden den Russland-Feldzug Napoleons im Jahr 1812. Frankreich steuert zur Weltliteratur die Komödien Moliere bei. Der eingebildete Kranke etwa oder den Heuchler Tartuffe. Alexandre Dumas schrieb die Abenteuer-Romane Die Drei Musketiere und Der Graf von Monte Christo. Victor Rigaud verfasste den Glöckner von Notre-Dame. Diese Romane sind heute vor allem durch ihre Verfilmungen bekannt. Ebenso wie die fantastischen Romane Reise in 80 Tagen um die Welt oder 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Der kleine Prinz des Fliegers Antoine de Saint-Exupéry ist bis heute ein Bestseller. Skandinavien Aus Skandinavien kommen die Gesellschaftsdramen von Henrik Ibsen und August Strindberg. Sehr bekannt sind auch die Märchen von Hans-Christian Andersen. Außerdem entstanden hier die bedeutenden Kinderbücher, zum Beispiel Die wunderbare Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf und die Romane von Astrid Lindgren wie Pippi Langstrumpf Die Brüder Löwenherz oder Mio mein Mio. Bemerkenswertes Hochgelobte Klassiker Zum Thema Hochgelobte Klassiker schrieb schon Gotthold Ephraim Lessing das Sinngedicht Wer wird nicht einen Klopstock loben doch wird ihn jeder lesen Nein Wir wollen weniger erhoben und fleißiger gelesen sein Das ist ein das ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.